Herzlich Willkommen zu diesem Gast Upload, das heutige Video kommt vom FIFA Gaming TV und er macht auf jeden Fall richtig gute Trading Tipps und kann euch da auf jeden Fall weiterhelfen. Heute zeigt er euch die 8. Episode von Trade to Name, also schaut gerne bei ihm vorbei und wenn euch der Kanal gefällt, könnt ihr ihm natürlich gerne ein Abo dalassen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So Freunde, wir fangen direkt mal zu traden und heute machen wir das Ganze mit Heilungskarten am Anfang. Heute kommen nämlich zwei Trading Tipps, aber hier der Heilungskarten Trading Tipp ist euch ja wahrscheinlich schon bekannt, falls ihr länger auf meinem Kanal aktiv seid und ja auf jeden Fall habe ich die für 200 und 300 Münzen bekommen oder eher gesagt er snipet, einfach 59. Minute gekauft, falls ihr dazu nochmal einen Trading Tipp sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und dann werde ich das Ganze nochmal ausführlich in einem Trading Tipp erklären. Auf jeden Fall habe ich die ja alle für 400 Münzen draufgestellt, alle 100 Stück und die haben sich dann nach 2-3 Mal reinstellen auch verkauft, das zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall, ihr seht ihr alle für 350 und 400 Münzen draufgestellt und ja, die gingen natürlich nicht beim ersten Mal weg, aber beim dritten Mal oder so gingen sie dann alle weg. Hier seht ihr, alle 100 Stück wurden verkauft für 400 Münzen, ich zeige euch hier nochmal alle und das war auf jeden Fall richtig nice mit dem Trading Tipp. Haben wir auf jeden Fall die 8.000 bis 10.000 Münzen auf jeden Fall Gewinn gemacht, das war richtig nice und ja, jetzt fangen wir direkt mal an mit dem zweiten Trading Tipp. So, jetzt direkt mal der zweite Trading Tipp und zwar ihr geht auf Qualität Gold, also auf Spielerqualität Gold, Rechtsverteidiger Barclays Premier League und dann geht ihr 401, 450 und sollte dann einer kommen, dann holt ihr euch den, den könnt ihr für 600 bis 650 Münzen reinstellen und das ist auf jeden Fall richtig nice. Da gibt es einen Spieler, der kostet nur 550 Münzen, das ist dieser Spanier, auf jeden Fall. Ja, seht ihr den gleich sowieso auf meiner Transferliste, den könnt ihr nicht für 600 Münzen reinstellen, aber die restlichen alle könnt ihr für 600, 650 Münzen reinstellen, die gehen dafür auch weg. Genauso, wir imitieren den, den haben wir ein paar Mal bekommen und das geht auf jeden Fall richtig gut und wir sehen jetzt, wir haben 94.424 Münzen, hier seht ihr die ganzen Spieler, mit denen ich das gemacht habe. Ja, dieser eine Spanier, mit dem ging das halt eben nicht so gut, mit den restlichen ging das gut und ja, wir haben jetzt 16.549 Münzen auch Gewinn gemacht in dieser Episode. Am Ende habe ich noch ein bisschen mit Heilung getradet, habe die für 250 geholt, für 350 draufgestellt, die gehen dann auch nochmal alle weg und ja, damit bin ich raus, haut rein und ciao.